Hallo liebe YouTuber-Freundinnen, was da alles gibt. Ja, heute machen wir ein kurzes Aufklärungsvideo. Was bedeutet YOLO? Die meisten wissen vielleicht, was YOLO bedeutet. Die Übersetzung weiß ich nicht auswendig. Aber YOLO bedeutet einfach, du lebst nur einmal. Und ich glaube, die Liebe da ganz recht kann sagen, warum man nur einmal lebt. Weil, wenn man, also, einmal lebt man, aber wenn wir das nicht so, wie kann ich das erklären? Auf jeden Fall, es kann, man lebt nur einmal, aber es kann passieren, dass du nach dem Tod noch ein Leben hast. Vielleicht. Vielleicht, ist nicht immer so. So, hast du noch da was zu sagen? Wollt ihr was noch über YOLO sagen? Ja, YOLO. YOLO, you only, ähm, nein, ich weiß nicht. Wir leben nur einmal, bros. Nichts mehr. Wir leben nur einmal, macht euch euren Leben was. Und, ja. Verbringt eure Zeit nicht mit Zocken. Geht raus, es gibt schönes Wetter, Fußball. Aber wenn ihr einen Traum habt, dann müsst ihr alles machen, dass ihr, wenn ihr groß seid, den Traum wieder, ähm, also den Traum verwirklicht wird. Weil ich, ich, äh, ich kenne, also ich habe gesehen, da gibt es manche Leute, die, die arbeiten, die sind reich, aber die sind nicht froh. Ich, ich will besser nicht rein sein, aber froh sein, vielleicht, mein, vielleicht mein Traum ist, ähm, ich weiß nicht. Naja, wie mein Traum ist, ähm, mein Traum ist auf jeden Fall durch YouTube. Durch YouTube ist jetzt auch ein, ähm, Kompliment an YouTube, weil YouTube hat so viele Dinge erreicht. Also ich will durch YouTube auch, ähm, ich will auch bei YouTube Partnern werden. Ja, und ich will auch YouTube, durch YouTube reich werden und so. Ja, also viele sind durch YouTube reich geworden. Sagen wir mal zum Beispiel, Dena, der verdient dadurch sein Geld. Die Lochis, so weiter, und was da nicht alles gibt. Und, ja. Und sind ja eigentlich schon Thema abgekommen. Ja, YOLO. Also, wir haben, äh, wegen YOLO geredet. Ihr müsst, wenn ihr, ähm, kurz vorm Sterben seid, dann will ich besser sagen, ich bin, ich, ich war, ich hab irgendwas gemacht, wo ich froh daran bin. Egal, ob ich reich bin oder nicht, aber ich will nicht, äh, da im Bett liegen oder irgendwo, ich lieg, bevor ich sterbe, dann sagen, ich hab, ich bin reich und so, ich konnte alles machen, was ich wollte, aber ich, aber meine Arbeit war, blöd. Ja, man soll ja auch schon eine Arbeit suchen, wenn wir schon jetzt über Arbeit reden, soll ich auch schon eine Arbeit suchen, wo wir uns wohlfühlen. Ja, es ist ja still in diesem Raum. Ja. Auf jeden Fall, verwirklich eure Träume, ihr lebt nur einmal. Mein Traum ist, ein Superstar zu werden. Sie will ein Superstar werden, durch? Ich? Aber, werdet, was ihr wollt, seid glücklich mit eurem Leben. Seid glücklich, also ich mein, ihr lebt nur einmal, vielleicht auch zweimal, wenn ihr glücklich habt. Müsst ihr euch Gott fragen. Ähm, ich mein, ihr werdet ja aufgestiegen, wie, also, ihr kommt ja zu Gott, und, ja, die streiten gerade, aber egal, ja, hier haben wir erstmal Scotchen. Süß. Könnt ihr bei Penny kaufen, ha. Ja, wenn ihr auch so haben wollt, wie wir, aber da gibt's auch Schweine. Ja, da gibt's viele Sachen. Ja, und, ja, und, und, ein Moment. Ja, und, ähm, nochmal zu unserem Kanal. Ja, also, bald besseres Equipment, so vielleicht ein Jahr, paar Wochen. Wir treffen uns, wir, 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 wir treffen uns auch bald wieder. Also, wir treffen uns dann auch zusammen und tun dann halt, ähm, unser Geld zusammenlegen und halt eine HD-Kamera kaufen, Greenscreen. Damit wir Parodien machen. Parodien, die kaufen uns ein Mac auf jeden Fall. Ganz, ganz coole Videos, weil wir wollen auch ganz, ganz coole Videos machen. Machen wir einfach die Tour, ich werde nicht Namen sagen, weil ich will, ob nicht. Aber, die haben mich auch ein bisschen zu lieben, hier, in ein paar Videos, wo wir, wo ich machen will, wenn ich die Kamera hab und so Sachen. Schlebt sie? Nee. Warte. Schlabst du? Hallo? Hey. Hi. Hi. Okay, Leute, das war's mit dem Video. Noch ein letzter Satz. Hooray. Ich wollte noch sagen, dass Maskottchen... Abonniert ihr den Kanal. Leider, dass Maskottchen gibt es als Schwein, Pferd, wie ihr seht auch als Sohn. Bei Penny. Ja, und abonnieren und nicht vergessen. Abonnieren und nicht vergessen. Bis bald. Bis bald. Tschüss. Tschüss.